Dieser Typ... ...der ist sowas wie ein Bulle. Oder war's jedenfalls. Beweise interessieren ihn nicht. Gesetze interessieren ihn nicht. Ihn interessiert nur Gerechtigkeit. Er weiß, was ich getan hab. Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann das. Du denkst, ich bin ein Held? Ich bin kein Held. Und genau das sollte dir Angst machen. Denn ich habe nichts zu verlieren. Vergesst nicht. Ihr wolltet es so. Noch mehr? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020